Hallo zum Tageshoroskop vom 12.06.2024. Wir haben den Mittwoch, Merkur-Tag, Wochenmitte ist erreicht. Ja, mit guter Laune geht es in den Tag und da gucken wir natürlich wieder, wie die Sterne hier stehen, welche Konstellationen uns unterstützen oder mögliche Herausforderungen darstellen. Dafür nehme ich wieder das Mitternachtshoroskop auf Berlin berechnet, gültig für den deutschsprachigen Bereich Deutschland, Schweiz und Österreich. Konstellationen gelten weltweit. Wir haben immer noch den Aszendenten oder beziehungsweise nicht immer noch, sondern seit kurzem den Aszendenten jetzt im Zeichen Wassermann, also jetzt seit einigen Tagen. Das heißt, es geht um viele Veränderungen. Es gibt ja starkes Unabhängigkeitsbedürfnis. Es gibt Freiheitsbedürfnisse. Ist ja auch so eine Zeit, wo man jetzt gerne reisen möchte. Das passt natürlich dann auch dazu. Aber da gibt es halt auch wieder Schwierigkeiten gerade, weil wir haben natürlich eine große Betonung vom Reisezeichen, vom Zwillingezeichen hier. Aber wir haben halt auch den Merkur da drin, der in Spannung steht zu Saturn gerade. Und das ist halt hier sehr genau gerade. Das ist exakt gerade diese Spannung. Und das hat sich jetzt auch gestern schon gezeigt, verstärkt. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf, hier auf dieses Merkur-Saturn-Quadrat. Nochmal zum Aszendenten. Also der Aszendenten Wassermann, der bringt also eine unruhige Energie. Man schaut so ein bisschen, also man ist auf die Zukunft ausgerichtet und man schaut ein bisschen nervös vielleicht auf das Geschehen. Man möchte etwas Neues erleben auch. Und der Herrscher vom Wassermann, der Uranus, ist ja hier im dritten Haus, im Zeichen Stier. Und die Häuser beschreiben in der Astrologie ja immer Lebensbereiche. Und dieser Lebensbereich, das Haus, das dritte Haus, dieser Lebensbereich steht für das direkte Umfeld und die Kommunikation und die Mobilität. Und in der Mobilität und im mehreren Umfeld erfahren wir jetzt hier große Veränderungen möglicherweise. Das heißt, Demonstrationen auf der Straße. Man spricht über Veränderungen. Man spricht über Veränderungen, die Werte betreffen, die finanzielle Einschränkungen betreffen, weil das in der letzten Dekade vom Stier stattfindet, in der Steinbock-Dekade. Das heißt, das kann auch ein Thema sein. Umzug kann ein Thema sein. Veränderung in der Nachbarschaft kann sich hier abzeichnen. Und am Aszendenten haben wir ja immer noch den Pluto ziemlich nah dran, sowieso im Wassermann rückläufig. Das heißt, Vorstellungen lassen sich vielleicht nicht so leicht umsetzen durch die Rückwärtsbewegung. Oder vergangene Themen spielen eine Rolle. Pluto im Zeichen Wassermann, da geht es möglicherweise auch um KI, Macht- und Ohnmacht-Situationen. Durch KI vielleicht auch neue Computerprogramme, weil Pluto steht ja auch in Spannung zu Mars. Und Mars steht ja für das Neue. Also Herausforderungen mit neuen Computerprogrammen kann das anzeigen. Das kann sein, dass man hier Aggressivität erfährt mit Mars-Pluto. Das ist die Gefahr, auf die man ein bisschen achten muss. Mars-Pluto steht natürlich auch für Machtkämpfe, für Rivalität, auch im Sport. Und wir haben ja auch sehr viele Sportveranstaltungen gerade. Wir haben jetzt die Europameisterschaft, die in den Startlöchern steht. Wir haben die Leichtathletik-EM in Rom gerade. Tennisturnier, natürlich Tennisturnier sind immer irgendwo, aber da war ja gerade der Alexander Zereff im Finale. Und ja, die Olympia steht auch bald an. Also es gibt viele Sport-Events, die sich hier abzeichnen. Das zeigt halt hier, wie gesagt, Rivalität und Massensportveranstaltungen, weil Pluto steht ja auch für die Masse. Und die Gefahr bei der Konstellation ist natürlich auch die mögliche Terrorgefahr, weil Pluto natürlich auch für Fanatismus steht. Und ja, zum Sport komme ich gleich nochmal, aber ich möchte hier nochmal ganz kurz was zu Pluto im Wassermann sagen. Pluto im Wassermann steht natürlich auch für Krisen in der Luftfahrt. Auch das ist gerade ein betontes Thema. Und jetzt gab es gerade zum Beispiel die Nachricht, dass ein Urlaubsflieger, was jetzt natürlich wieder zur Urlaubsthematik passt, weil wir haben ja die Betonung durch Merkur und Jupiter im Reisezeichen Zwillinge von dieser Reisethematik. Und der Jupiter hat ja auch die Strigon hier zu Pluto. Also Reisen mit der Luftfahrt steckt hier in der Krise und auch die Verträge mit dem Reisen. Und wir hatten ja auch gerade die Konkursthematik da von der FTI, von dem Konzern. Und ja, Pluto im Wassermann im Luftzeichen, da gab es gerade diese Nachricht, dass ein Urlaubsflieger in der Türkei festgehalten wurde am Flughafen eine Stunde lang. Also ein absoluter Albtraum. Und da waren dann irgendwie über 50 Grad im Flieger. Also total aufgeheiztes Flugzeug, dramatische Bilder. Und interessant ist aber, also das ist natürlich furchtbar, aber interessant jetzt vom Astrologischen her, Pluto zeigt also die Krise im Zeichen der Luftfahrt. Und dann haben wir diese Spannung hier zum Zeichen der Energie, der Hitze. Ja, das ist ja Mars auch. Also Hitze, die sich körperlich zeigt, im Zeichen Stier in Spannung zur Luftfahrt. Oder auch Feuer in Spannung zur Luftfahrt. Oder Waldbrände. Auch das ist ein Thema, was sich hier verstärkt zeigt. Dazu passt, dass gerade die Nachricht kam, dass Waldbrandgefahr in Griechenland auch wieder ausgerufen wurde. Also ich kann das jetzt, also man sagt jetzt auch wieder, wir erinnern uns, die Waldbrände, also da gab es ja natürlich auch viel Zweifel an einigen Nachrichten. Und die Karten sind ja auch immer, die Wetterkarten sind ja auch im Fernsehen immer extrem gezeichnet. Das war ja früher nicht so. Ja, also egal, welche Temperaturen sind, alles ist immer dramatisch. Aber jetzt rein vom Astrologischen her kann ich sagen, ja, eine Waldbrandgefahr besteht hier auch. Interessant ist auch, dass der, oder überhaupt eine Feuergefahr auch. Auch im Luftfahrtverkehr natürlich. Nicht nur Feuergefahr in der Luftfahrt, sondern auch im Bereich der, generell im Bereich des Fliegens ist das natürlich gefährlich. Und ein anderes Flugzeug war, da war gerade, das ging irgendwie glimpflich aus, da war das Cockpit irgendwie halb zerstört. Ja, da konnte dann noch so Not landen. Also auch das passte dazu. Aber ich wollte nochmal sagen, Pluto im Wassermann wird ja beherrscht auch vom klassischen Herrscher Saturn. Und Saturn steht ja hier im Zeichen des Waldes in den Fischen. Ja, und auch da hier mit Nessus. Nessus ist ja auch so ein Gestirn, das 13. Gestirn, das steht natürlich auch immer für Unglück. Also hier auch von daher eine mögliche Interpretation durch die Waldbrände. Ja, und Nessus bei Saturn steht natürlich auch weiterhin für Neustarts in Regierungen. Wir sehen das ja nach der Europawahl, was wieder zu Mars-Pluto passt. Das heißt Kämpfe gegen Extremismus oder Kämpfe für, beziehungsweise neue Verträge, neue Entwicklungen, Machtkämpfe bei Neustarts. Und Saturn und Nessus zeigt halt auch neue Entwicklungen in Regierungen. Also überall in allen Ländern sind halt hier gerade neue Entwicklungen zu verzeichnen. Ja, und dieser Saturn hier, der steht ja auch in Spannung zu Merkur. Und das hatte ich gestern nicht erwähnt. Das ist jetzt heute exakt. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man meinen Newsletter abonniert hat. Also da habe ich ja ein Wochenhoroskop. Das ist auch nicht immer vollständig natürlich. Das würde das auch überschreiten. Aber ich kann natürlich auch nicht mal alles bedenken. Und da hatte ich es zumindest reingeschrieben. Und das ist auch jetzt heute natürlich exakt. Aber das wirkt dann auch schon einen Tag vorher oder einen Tag später. Und da habe ich ja ein Wochenhoroskop in meinem Newsletter oder auf meiner Webseite. Das muss man nicht abonnieren. Das kann man natürlich auch sich so anschauen. Link ist ja hier unter dem Video von meiner Webseite. Und diese Merkur-Satoren-Spannung, die bringt nämlich Einschränkungen in der Mobilität, Einschränkungen im Straßenverkehr, Einschränkungen beim Reisen. Und wir hatten jetzt auch, also das passt natürlich jetzt zum Fliegen auch natürlich wieder. Das ist ja auch Mobilität, aber auch zu der Nachricht, dass in Stuttgart gerade ja wieder verkündet wurde, dass der Bahnhof dort, also Stuttgart 21, diese Never-Ending-Story, dass da die Eröffnung wieder um ein Jahr verschoben wurde. Ja, oder ansonsten, ich kann auch selber hier davon berichten, Merkur-Saturn, weil ich komme ja aus Hannover. Und wir hatten hier gerade gestern starke Behinderung im Stadtbahnverkehr. Ja, also da ging nichts mehr, da ist keine Stadtbahn mehr gefahren. Oder genau, dann war im Tunnel, gab es dann Streckenstörungen. Ja, und Tunnel ist halt auch, Pluto ist der Tunnel in Spannung zu Mars, zur Aktivität, zu Zielen. Also Ziele stehen in Spannung zu Veränderungen im Tunnel hier. Und Merkur zu Saturn ist natürlich die Straßenbahn in Spannung zu Blockaden oder auch Termine, die nicht eingehalten werden können. Kommunikationsstopps. Ja, vielleicht erreicht man jemanden nicht. Und interessant ist, bei uns hier in Hannover gab es einen Tag vorher auch schon einen Stadtbahnunfall. Auch das passt natürlich dazu. Oder in Berlin war ja der ukrainische Präsident Zelensky zu Gast. Der Schauspieler Zelensky, der seine Rolle jetzt als Präsident spielt, wieder, also ich weiß nicht, ob er sie vorher gespielt hat oder jetzt spielt, auf jeden Fall, führte das in Berlin zu starken Verkehrseinschränkungen. Ja, und so kann sich das dann natürlich zeigen. Und auch Nachrichten von Trennung oder Nachrichten vom Tod kann das anzeigen. Ja, das ist der, und im Zeichen der Umwelt ein Tod. Und jetzt ist der Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer verstorben. Also das ist natürlich dann auch hier nachvollziehbar. Das ist natürlich eine extreme Variante, aber so kann sich das dann auch zeigen. Ja, genau. Oder auch Debatten in Spannung zu Regierungen, zur Wirtschaft. Handel steht in Spannung hier zu Einschränkungen. Ja, und ansonsten ist, genau, auch noch diese Thematik von Termineinschränkungen, also da will ich noch was ergänzen zu gestern auch. Also wir haben ja immer noch die günstige Verbindung auch von Venus zu Chiron. Und da hatte ich ja gesagt, für Arzttermine, Handwerkertermine etc. ist das günstig, weil Ärzte und Handwerker und Haustierthematiken oder Arbeitskontakte, all das ist hier mit Chiron zur Venus günstig angezeigt. Jetzt haben wir aber parallel dazu, und so ist es halt manchmal im Leben, also diese paradoxen Entwicklungen oder kosmischen Energien, die halt nicht immer dasselbe bewirken. Merkur zu Saturn ist halt der Parallelaspekt, und der steht halt für Absagen oder für Einschränkungen, für Verzögerungen. Also vielleicht hat man einen Termin beim Arzt, also ich wollte ja zum Beispiel einen Termin beim Arzt machen, weil ich dachte ja, Venus Chiron ist ja günstig, und ich musste es halt auch machen, ja, man kann es sich ja nicht immer aussuchen. Und die Merkur-Saturn-Spannung, die war ja zulaufen gerade und ist heute halt exakt, und dann habe ich halt überhaupt, habe ich 15 Mal angerufen und keine erreicht. Dann bin ich dann persönlich hingefahren, und dann hatte ich dann einen Termin bekommen, aber erst viele Wochen später. So, und das Ganze war aber dann wieder in Verbindung mit Venus Chiron, eine junge Frau, eine hübsche junge Frau in der Rezeption, die das sehr freundlich mir gesagt hat. So, also man hat dann angenehme Kontakte, aber kriegt halt quasi eine Absage. So ist das halt. Naja, oder so kann sich das dann zeigen. Oder man hat einen freundlichen Arbeitskontakt und kriegt aber hier irgendwie eine Arbeit aufgeheizt, ja, oder kriegt eine Absage und das Ganze aber sehr freundlich. Also so können sich das zeigen, zum Beispiel. Oder man kriegt halt einfach eine verzögerte Termingeschichte hier zu erleben. Ja, also das hier weiterhin eine Gefahr, auch im Straßenverkehr, Verkehrskontrollen kann Mercosaturn halt auch anzeigen. Und die Spannung von Mars zu Pluto, da wollte ich nochmal kurz sagen, gestern gab es, oder also hatte ich gesehen, also diesen, also bei der Leichtathletik EM, also das ist dann vorgestern schon gewesen, also und zwar die, da ist der 200 Meter Lauf gewesen von dem, da war der Deutsche Joshua Hartmann, der ist dort mitgelaufen und der hat dann den, hatte einen Fehlstart produziert. Und der ist ein Zwilling und Merkur ist halt der Zwilling und Spannung zu Saturn in den Fischen, also der wurde dann ausgeschlossen von dem 200 Meter Lauf und das war eine Enttäuschung. Und Saturn in den Fischen sind Enttäuschungen, sind Schuld und Schuldenthematiken. Die treffen dann besonders Zwillinge und dieser Joshua Hartmann ist halt Zwilling. Deswegen war das halt schwierig für den, dort einen Erfolg zu erreichen. Ja, was haben wir noch? Genau, der Mond ist heute hier mitternachts noch im Löwen, aber im Laufe des Tages, also das heißt um 7.39 Uhr in der Jungfrau, im R-Zeichen Jungfrau, der bringt dann sehr prüfende Gefühle, vernünftige Gefühle, so eine analytische Energie auf der emotionalen Ebene. Man beschäftigt sich mit Arbeit, Gesundheit oder mit alltäglichen Dingen. Es kann auch sein, dass gerade Sehnsüchte oder Geheimnisse eine Rolle spielen. Auch das wäre denkbar in der Begegnung. Der Mond ist ja dann hier eingeschlossen im 7. Haus. Also das zum Mond. Und ja, dann haben wir als Ergebnis des Tages MC im Zeichen Schütze, Reisen, Ziele, das Ausland, juristische Themen, Fortbildungsthemen, Sinnfragen beschäftigen einen stark, Ideologien, Religionsthemen, philosophische Themen. All das kann einen beschäftigen und hat hier viel mit der Heimat vielleicht oder mit der Familie zu tun, weil der Jupiter ja hier am IC steht. Ja, und Schütze hier im Zeichen, im beruflichen Zeichen kann auch sein, dass man hier berufliche Ziele gerade besonders im Vordergrund erlebt. Ja, Fortuna an der Spitze vom 2. Haus kann vielleicht finanzielle Vorteile bringen oder glückliche Erlebnisse heute bringen. Das kann man hoffen. Ja, und dann sind wir auch schon durch. Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Mittwoch. Ja, bedanke mich für dein Interesse. Ich freue mich über Like, Teile, Abonnieren meines Kanals und über Kommentare. Wenn du eine Sternstunde bei mir gerade buchen möchtest, da gibt es 10% drauf. Das ist eine super Investition. Und ansonsten, wenn du Interesse an der Beratung hast, Link ist unter dem Video. Schreib mich einfach über das Kontaktformular an. Ja, und sonst bis morgen. Wunderbaren Mittwoch wünsche ich dir. Alles Gute. Tschüss.